Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera ein komplett neues Auto, das es jetzt in Deutschland geben wird, auch von einer durchaus vielleicht noch eher unbekannten Marke, und zwar Nio. Und hier steht der Nio EL6. Der Nio EL6 ist ein Oberklasse SUV, das hier jetzt Fuß fassen möchte und das zum Volumenmodell für Nio erst einmal werden soll. Nio ist ein junges chinesisches Startup-Unternehmen, das 2014 gegründet wurde, 2018 bereits mit dem ersten Modell in Norwegen, hier auf dem europäischen Kontinent, aufschlug und seit zwei Jahren jetzt hier in Deutschland unterwegs ist. Das erste Modell, das der chinesische Hersteller hier in Deutschland uns präsentierte, war die Luxus-Limousine Nio ET7. Der Nio ET7, den hatte ich euch auch hier schon vorgestellt, den hatte ich auch ausführlich getestet. Und der zweite Aufschlag war dann eine kompaktere Limousine mit dem ET5. Dann der EL7 gab es noch, das war dann eben das Luxus-SUV auf Basis des ET7. Das habe ich jetzt noch nicht vorgestellt. Und dann kommen jetzt zwei neue Modelle, zum einen der ET5 Touring, also eine Kombivariante des ET5. Und ebenfalls auf derselben Plattform basierend jetzt das SUV, der EL6. Der EL6 soll tatsächlich zum Verkaufsschlager hier der Marke werden, denn er soll die optimalen Proportionen bieten und natürlich auch in einem Segment einschlagen, das besonders von Geschäftsleuten eigentlich genutzt wird oder von Dienstwagenfahrern, aber auch von Privatkunden, die natürlich etwas mehr Geld im Sparschweinchen haben. Denn der NIO EL6 tritt eben unter anderem gegen Wettbewerber wie den BMW iX3 an, den Mercedes EQE SUV oder aber den Genesis Electrified GV70 oder den Mustang Mach-E. Das wären so die Wettbewerber. Wir haben uns einen günstigere Wettbewerber und wir haben natürlich auch die teureren Wettbewerber. Wir wollen also auch heute mal herausfinden, wo gliedert sich denn eigentlich der NIO EL6 so ein mit seinen Daten, mit seinem Preis unter anderem. Wir werden aber jetzt natürlich auch den NIO EL6 genauer anschauen. Wir werden ihn vor allem aber auch fahren, denn NIO hält durchaus die ein oder andere Überraschung mittlerweile parat. Denn es gab viel Kritik bei den ersten Modellen. Und NIO ist eine Marke, die den Community-Gedanken sehr, sehr stark pflegt. Das heißt also, man möchte sehr stark im Austausch mit dem Kunden gehen und auch auf dessen Feedback eingehen. Dazu gibt es die Möglichkeit, direkt im Fahrzeug Feedback an die Entwickler zu schicken. Oder aber eben auch über viele Community-Talks oder ähnliches kann man sich stark mit dem Hersteller austauschen. Das ist die Besonderheit, die NIO auch eben hier mitbringt. Und dieser rege Austausch hat tatsächlich auch dazu geführt, dass sehr viele Änderungen, die durchaus auch durch Journalisten oder eben auch durch die Kunden direkt an NIO kommuniziert wurden, jetzt stets immer mehr verändert werden. Dazu werden regelmäßig Updates gefahren. Alle drei Monate kommt ein größeres Software-Paket. Und jetzt mittlerweile gibt es auch ein komplett neues Betriebssystem, das eben dann noch einmal deutlich schneller arbeitet und vor allem auch viele kleine Veränderungen hat. Und NIO selbst sagt, sie haben eine sehr intelligente Basis aufgebaut, um verschiedene Systeme unabhängig von anderen komplett abzudaten. Das bedeutet, dass man eben hier die Möglichkeit sogar hat, entweder nur Richtung Fahrwerk zu gehen oder nur Richtung Infotainment oder Richtung Antrieb. Und unabhängig dann eben das andere miteinander zu verknüpfen. Das ist relativ clever, wie das Ganze dann funktioniert. Auch das werden wir heute natürlich klären, wenn ihr denn dran bleibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt, einen Kommentar hinterlasst vor allem, was eure Meinung zum NIO EL6 ist und vor allem auch zur Marke NIO. Ich bin sehr gespannt und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit diesem Review zum NIO EL6. Viel Spaß! Viel Spaß! Wir sind jetzt unterwegs mit dem NIO EL6 und wer sich schon einmal die anderen NIO Modelle angeschaut hat, der erkennt natürlich auch immer wieder das gleiche wiederkehrende Design. Das ist so eine Mischung aus clean und dynamisch mischt. Wir sehen an der Front eben diese schmalen LED-Tagfahrlichter, darunter die Hauptscheinwerfer, die erstmals hier beim EL6 als Matrix-LED-Licht ausgearbeitet worden sind. Wir sehen eine klassische SUV-Linie, hoher Aufbau, große 21 Zoll Räder, die hier verbaut sind, die optionalen. Und am Heck haben wir dann so ein bisschen Porsche-Styling mit diesem ganz schmalen LED-Lichtband, was sich über die gesamte Breite des Fahrzeuges zieht. Der NIO EL6 hat eine Außenlänge von 4,85 Meter, eine Breite von 2,21 Meter mit diesen ausgeklappten großen Außenspiegeln. Das ist also schon ein stattliches Drum-SUV und wir haben eine Fahrzeughöhe von 1,71 Meter. Und damit spielt er in einer Klasse mit dem BMW iX3, dem Mercedes EQE SUV oder aber dem Polestar 3 beziehungsweise dem Genesis Electrified GV70. Zu denen kommen wir aber dann später noch einmal, um da nämlich dann noch den Wagen etwas genauer einzuordnen. Aber kommen wir jetzt zum NIO EL6 zurück. Zunächst einmal, beim NIO EL6 haben die Entwickler auch deutliche Modifikationen einfließen lassen, die durch Kundenfeedback vor allem insbesondere angeraumt wurden. Als da wäre unter anderem zum Beispiel das Thema Nomi. Die kleine Sprachassistentdame, die kann jetzt komplett gemutet werden, so wie es jetzt aktuell bei mir auch der Fall ist, dass sie eben nicht mehr so viel quatscht und da rein sabbelt und dann einfach immer sozusagen zu einem kleinen Störenfried wird, sondern dass sie eben auch dann genutzt werden kann, wenn man das eben auch möchte. Bei den Fahrassistenzsystemen wurden auch umfangreiche Updates gefahren. Das heißt, die LIDAR-Sensoren schauen jetzt noch weiter nach vorne. Das Fahrzeug soll jetzt auch deutlich zuverlässiger Assistenten nutzen können. Dazu kommen wir aber auch gleich. Jetzt gehen wir erst einmal auf den Innenraum hier ein, vor allem erst einmal den Kofferraum. Und da sehen wir ein wirklich großzügiges Gepäckraumabteil von 579 Liter. Die Rücksitzbank lässt sich im Verhältnis 40-20-40 umlegen. Das ist auch ganz praktisch, wenn man mal längere Gegenstände durchladen muss, dann muss man nicht automatisch zum Beispiel die Kinder daheim lassen oder ähnliches, sondern man kann dieses Mittelstück wunderbar umlegen und kann dann auch gerade einladen. Wenn man alle Rücksitzlehnen umklappt, dann hat man ein maximales Laderaumvolumen von 1430 Liter. Das ist dann aber eher Durchschnitt, eher ein bisschen weniger sogar, als die deutschen Mitbewerber hier zu bieten haben. Dafür sitzt es sich dann jetzt in der zweiten Reihe deutlich komoder hier im EL6. Man hat die Sitzbank unten etwas verlängert von der Sitzauflage, so dass man wirklich schöner sitzen kann. Und man merkt auch, dass der Innenboden nicht so weit nach oben kommt und der Winkel hier der Beine deutlich angenehmer ist. Und das gefällt durchaus. Zudem viel Beinfreiheit, viel Kopffreiheit. Hier sitzt es sich äußerst bequem. Die Lehne elektrisch verstellbar in der Neigung. Wir haben einen USB-C-Anschluss. Warum nur einer? Das finde ich ein bisschen schade. Leider gibt es keine Sonnenschutz-Rollos. Dann gibt es die Isofix-Verankerungen hinter einer schönen Lasche, die da das Ganze verbirgt. Eine Armauflage haben wir. Und wir haben ein kleines Bedientableau für die Klimaautomatik und die Sitzheizung. Wir können zudem auch die Audio-Lautstärke und den Kanal wechseln zum Beispiel. Oder aber, das ist ganz praktisch, das Fahrzeug könnte also auch als Chauffeur eingesetzt werden. Denn wir können den Beifahrersitz sogar komplett verschieben. Wobei, das könnte bei meinen Kindern beispielsweise zu jeder Menge Spiel, Spaß und Ärgern der Mama sorgen, wenn die auf dem Beifahrersitz sitzt. Ob das dann so gut ist, bleibt eine Frage. Vorne sitzen dann, wie gesagt, nicht nur die Eltern, sondern auch derjenige, der eben fährt oder der Beifahrer ist. Und hier sitzt es sich auf komplett neuen, erstmals mit dem Fahrzeug eingeführten Komfortsitzen. Das sind deutlich, die haben einen ganz anderen Aufbau. Da ist zum Beispiel Impulse, da sind kleine Dämpfer-Elemente drinnen, die jetzt hier die Stöße quasi aufnehmen. Natürlich sind die Sitze weiterhin klimatisierbar, sowohl Kühlungsfunktion als auch Heizfunktion. Man kann auch unabhängig voneinander die Sitzpolster oder Lehne beheizen oder belüften. Bei der Belüftung haben sich die Entwickler auch was Neues überlegt. Es gibt keine Luft, die mehr reingepustet wird, sondern es wird tatsächlich abgesaugt, die warme Luft. Dadurch soll das Ganze dann auch nochmal angenehmer werden und eben der Effekt, der bei Sitzklimatisierung auftritt, dass man vielleicht eher so ein bisschen Zugluft spürt, der soll damit natürlich auch nochmal minimiert werden. Eine entspannende Sitzmassage, die ich gerade auch nutze, gibt es ebenfalls in verschiedenen Programmen und die ist wirklich gut vom Druck her, also sorgt auch dann für entspannte Entspannung pur. Und es gibt auch eine Komfortliegeposition, die man dann auch noch ordern kann. Da liegt man dann quasi während eines Ladestops zum Beispiel und kann durch das gigantische Panoramaglasdach etwa den Sonnenschein oder aber den Sternenhimmel begutachten, denn wir haben fast ein Quadratmeter großes elektrisches Panoramaglasdach, das auch öffnenbar ist. Also das sorgt natürlich dann auch nochmal für deutlich luftigere Innenraumverhältnisse. Der Innenraum selber, top verarbeitet, super Materialien, auch dieser Radhahnstoff als die Zierleisten, wirklich sehr, sehr fein, top gemacht. Also da braucht sich Nio hinter den ganz Großen hier nicht zu verstecken. Also einwandfreie Materialgüte und top Verarbeitung, belederte, aber wir haben ja auch Kunstleder wohl gemerkt, das ist alles hier veganes Material. Nomi, unsere Sprachassistentin, die schon mal eingangs erwähnt wurde, die sitzt hier oben, muss man aber nicht ordern, denn sie kostet 600 Euro Aufpreis. Ansonsten hätte man den Sprachassistenten ohne Gesicht an Bord. Also wer das Gesicht nicht mag, ich persönlich mag sie ja, ist ganz nett, kann das eben auch weglassen. Der Fahrer blickt hier auf ein großes Info-Display, ein Cockpit-Kombi-Instrument, das voll digitalisiert ist. Das bietet auch alle nötigen Informationen, die man während der Fahrt sich anzeigen lassen möchte. Mir persönlich gefällt das, es ist eine schöne Aufmachung. Die Bedienung über das Multifunktionslenker ist allerdings etwas komplex und da muss man sich erst einmal reinfinden. Ich persönlich bin jetzt kein Freund von dieser Verstellung, dass man eben auch über das Lenkrad, zum Beispiel Außenspiegel oder Sitze oder eben das Lenkrad verstellt, muss man natürlich mögen. In der Mitte sitzt dann das große Tablet-artige Display, welches das Mediasystem hier beinhaltet. Das hat ein komplett neues Bediensystem, Banyan 200 genannt. Das arbeitet jetzt noch ein bisschen zuverlässiger, schneller. Es gibt neue Schriften, es gibt einen neuen Aufbau von Apps, es gibt eine neue Struktur im gewissen Sinne. Es sollen viel intuitiver zu findende Einstellmöglichkeiten geben. Die Einstellungen selbst sind mannigfaltig, die man hier vornehmen kann. Ich persönlich finde es immer noch nicht so ganz intuitiv, wobei man aber auch sagen muss, wer das Auto länger bewegt, der kommt natürlich auch schneller in die Bedienung hinein und für den ist das wahrscheinlich dann einfach deutlich schneller. Ich finde aber dennoch, dass die Bedienung hier des Systems eher vom Verkehrsgeschehen ein bisschen ablenkt. Und ja, da sind halt für mich immer noch die Bediensysteme über Drehtrücksteller, wie bei BMW mit dem iDrive Controller, einfach Benchmark. Dennoch gut ablesbar und auch hochauflösend und vor allem auch eine schnelle Rechenleistung, die das System hier bietet. Es gibt jetzt auch für den, der es möchte, zum Beispiel auch Streamingdienste, die hier reingeholt werden können, wie eben YouTube oder Netflix, um eventuelle Ladepausen dann etwas angenehmer zu machen. Was es weiterhin nicht gibt, ist Apple CarPlay und Android Auto. Das wird es hier auch nicht geben. Nio wird hier diese Lizenzen sich nicht einkaufen, denn man möchte hier tatsächlich eher andere Apps mit nutzen, die ja auch schon sehr, sehr gute Konnektivitäten bieten und auch gute Navigationsmöglichkeiten bieten, zudem auch eben noch viele zusätzliche Kleinigkeiten, wie vielleicht Verkehrswarnungen oder eben Dradawana oder Ähnliches, hier mit einfließen lassen können. Witziger Nebenfact zum Beispiel, in China gibt es auch ein Nio Handy und das Nio Handy ist natürlich dann nochmal auf das Fahrzeug mit Perfekter abgestimmt. Also da können dann noch mehr Apps zum Beispiel mit dem Fahrzeug gespiegelt werden. Man kann dann auch hier nochmal ein bisschen mehr Optionen sich hineinholen. Kommen wir zum Antrieb des Nio EL6. Unter der vorderen Haube sitzt ein Elektromotor und hinten an der Hinterachse sitzt ein Elektromotor. Wir haben also zwei Elektromaschinen, die für Vortrieb sorgen und auch den Allradantrieb dann entsprechend darstellen. Insgesamt haben wir eine Peakleistung von 360 kW, 700 Newtonmeter. Damit sprintet der Nio EL6 von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit liegt übrigens bei 200 Stundenkilometer. Ist ja auch nicht gerade ganz unwichtig, denn viele Fahrzeuge sind ja bereits bei 160 oder 180 abgeriegelt. So eben nicht der Nio. Kommen wir auch zum Thema Laden, denn da hat sich sehr, sehr viel getan. Denn mit der 100 kWh Batterie gibt es nun einen komplett neuen Akku von einem neuen Zulieferer und der kann jetzt deutlich besser und schneller laden. Was heißt denn das? Ganz einfach. Der Nio EL6 und der Nio ET5 Touring sind die ersten Modelle, die mit dem neuen Akku ausgeliefert werden. Und zwar nur die 100 kWh Batterie. Der sogenannte 100 B Akku hat dann nämlich eine Ladefähigkeit von 180 kW Peakleistung am Schnelllader. Und das ist natürlich eine riesige Innovation quasi für Nio, die ja sonst nicht wirklich schnell laden konnten. Die ersten Tests von ET5 Touring Fahrten konnten beweisen, dass da eine echt gute Ladeleistung abgeliefert wird. Ich konnte jetzt leider keinen Ladetest hier für euch machen. Dazu war die Teststrecke heute nicht lang genug, um den Akku leer zu kriegen. Laut WLTP übrigens eine Reichweite mit dem 100 kWh Akku von 529 km. Ich würde mal sagen, in der Praxis könnte man mit gut 400 km rechnen. Was der Verbrauch ist, das kann ich leider auch nicht sagen, weil ich leider hier den Bordcomputer nicht resetten kann, weil dann ein passwortgeschützter Bereich ist. Bisschen doof. Da ist natürlich dann wieder die Software etwas unschön. Wie fährt sich aber der Nio EL6? Und da muss ich sagen, das ist schon eine Schokoladenseite des EL6. Wir haben zwar hier kein Luftfahrwerk, aber ein adaptiv gedämpftes Fahrwerk. Und das macht seine Sache richtig gut. Er federt sanft an, vor allem Wellen meistert er sehr gut. Querfugen, ja, die werden ab und an mal etwas deutlicher in den Innenraum weitergereicht. Dennoch muss ich sagen, wenn, dann federn das auch wirklich die Sitze noch sehr, sehr gut raus. Also auch hier, diese neuen Sitze sind schon nochmal ein echter Komfortgewinn, gerade wenn man hier länger unterwegs ist mit dem EL6. Die Lenkung weiterhin leider mir zu leichtgängig. Das Fahrwerk an sich knackig, eher eine Grundabstimmung, die etwas straffer ist. Und das gefällt dann auch, die Lenkung ist selbst eigentlich eher direkt ausgelegt. Nur wie gesagt, es fehlt einfach an Feingefühl und an Feedback, sodass man dann auf kurviger Straße dann mit dem EL6 etwas mehr Fahrspaß haben könnte. Wir sind auf der Autobahn und haben natürlich jetzt Nomi Pilot eingeschaltet, also alle Assistenzsysteme angeschaltet für das teilautonome Fahren. Und ich muss sagen, das funktioniert auch ganz gut. Ganz klar, wenn man jetzt eben die Hand wegnimmt vom Lenkrad, dann wird man hier ermahnt. Das ist auch absolut richtig und korrekt. Allerdings muss ich sagen, was ein bisschen schade ist, gerade jetzt hier, Auto schert ein sehr ruppige Bremseingriffe. Und was auch eben aufgefallen ist, dass leider die Verkehrszeichenerkennung oftmals eben nicht so mit will, gerade was die Geschwindigkeitsanzeige angeht. Jetzt hatten wir etwa zwei, drei Kilometer, mindestens eben hier 100, obwohl eigentlich schon freigegeben war. Das ist dann auch ein bisschen schade. Also auch hier scheint man noch ein bisschen Entwicklungsarbeit oder vor allem Testkilometer zu brauchen, um hier wirklich perfekt mit der Autonomie des Fahrens den Kunden nochmal zu beeindrucken. Aber dennoch, die Fahrspur wird sauber gehalten aktuell. Das Geschwindigkeitslimit wird gut übernommen. Auch der Abstand passt. Das Beschleunigen jetzt bei freier Bahn ist auch sehr smooth und sehr gleichmäßig. Also was die Assistenzsysteme angeht, die sind gut, aber da darf auf alle Fälle nochmal ein bisschen nachgeschärft werden. Also ab zum Fazit. Gelungener Einstand für den NIO EL6, wie ich persönlich finde. Er fährt sich wirklich gut, schön komfortabel, hat ordentlich Power, wenn man sie denn dann braucht. Die neue 100 Kilowattstunden Batterie mit bis zu 180 kW Ladeleistung soll hier richtig für Power sorgen und sorgt jetzt natürlich auch im Umfeld für ein Aufmerken. Denn das war ja überhaupt nicht die Paradedisziplin des NIO, dass man auf einmal schnell laden kann. Und wenn das jetzt auch tatsächlich zuverlässig funktioniert, das muss natürlich ein ausführlicher Test klären, dann wäre das jetzt eine echte Sensation. Und dann gibt es für meine Begriffe auch echt nur wenig Kritikpunkte, als da wäre vielleicht die Lenkung, die mir zu leichtgängig ist. Da könnte ich ein bisschen mehr Feedback gerne haben. Auch ein bisschen dynamischer könnte sich für meine Begriffe auch fahren. Aber es ist halt eher ein SUV, das ein bisschen mehr den Komfort angeht. Wir haben jetzt hier echt deutlich mehr Platz. Wir sitzen richtig schön im Fond, haben viel Platz im Kofferraum. Und jetzt ist das Auto echt familientauglich geworden, wie ich persönlich finde. Attraktiv finde ich die NIO Modelle so oder so. Auch das neue Bedienungssystem Banyan 200 ist auch sehr gut, sehr zuverlässig. Die Menüstruktur ist ein bisschen besser geworden. Dennoch natürlich Apple CarPlay oder Android Auto fehlen ein wenig. Aber das ist halt die Philosophie, die NIO hat. Nichtsdestotrotz kommt man hier ganz gut zurecht. Auch das Thema Lademanagement für eine längere Strecke müsste man mal auch genauer prüfen in einem ausführlichen Test. Das kann ich jetzt leider auch nicht nachsehen. Das sah jetzt ehrlich gesagt noch nicht so perfekt aus, wie ich persönlich finde. Dennoch ein echt gutes Auto zum Einstiegspreis von 53.500 Euro ohne Batterie. Kleine Batterie 12.000 Euro, die aber nicht eben 180 kW laden kann. Die große 100 kWh Batterie, die kostet 21.000 Euro. Beide können aber Battery as a Service genutzt werden, also zu einer monatlichen Rate von 169 beziehungsweise 289 Euro. Ja, sollte man das machen? In meinen Augen ganz klar ja. Man sollte die Batterie dazu mieten, denn das hat einfach den Vorteil, zum einen jetzt im Fall der 100 kWh Batterie, das sind ungefähr sieben Jahre, kann man die Miete zahlen, bis die Batterie wirklich abbezahlt ist. Zum anderen kriegt man eben jetzt, wie jetzt hier auch, einfach neuere Batteriezellen ständig mit und hat da einfach auch wirklich echte Vorteile am Ende des Tages. Beim Preis ist es natürlich auch so, man muss nicht so hoch einsteigen. Unser Testwagen hier würde dann eben ohne die Batterie 60.500 Euro kosten, äh, 61.500 Euro. Und wenn man das natürlich draufrechnet, dann liegen wir eben bei rund 82.500 Euro. Jetzt gucken wir aber mal ins Umfeld, denn natürlich gibt es auch ein paar andere Autos, die in dieser Klasse mitspielen. BMW iX3, das China-SUV der Bayern, muss man klar sagen. Produziert in China, kommt da daher, hat aber nur Hinterradantrieb, hat nur 210 kW und hat auch eine kleine Batterie von 73,9 kWh, glaube ich, nutzbar. Hat also nicht die Reichweite, darf auch nur 750 Kilo an den Haken nehmen. Dann, dann gehen wir mal ans andere Ende, ganz frisch und neu. Mercedes EQE SUV als 500er Variante, äh, gleich ausgestattet wie der Nio mit 100 kWh Batterie. Äh, der Mercedes hat eben 408 PS Spitzenleistung, passt dann auch zum Nio. Und gleich ausgestattet liegt der Mercedes aber mal bei satten 120.000 Euro. Schluck. Das sind mal rund 40.000 Euro mehr als für den Nio. wenn die Batterie gekauft wird. Ohne Batterie wird es natürlich 60.000 Euro. Also, heftig. Dann gehen wir mal woanders hin. Dann haben wir noch den Genesis Electrified GV70. 800 Volt System. Schnellladen, maximal 240 kW. Der ist in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen. Der ist natürlich hier der King, was das Thema Laden angeht. Hat auch eine hohe Anhängelast wie der Mercedes. 1800 Kilo. Da kann ein Nio mit 1200 nicht mithalten. Aber der GV70 ist etwas enger, ist dafür ein bisschen dynamischer in der Fahrweise und kostet ungefähr das Gleiche. Dann gibt es jetzt einen neuen Mitspieler. Der kommt ebenfalls aus China, auch wenn Sie das nicht gerne hören. Der Polestar 3. Ein ähnliches SUV, 4,90 Meter, hat aber einen gigantischen Akku von 111 Kilowattstunden. Also, der soll im Prinzip das Langstreckenmonster werden. Kann auch entsprechend gut schnell laden. Hat aber halt einfach auch einen Preis von über 100.000 Euro vergleichbar. Und wenn man dann mal so sagt, okay, jetzt was gibt es denn da noch? Was könnte denn da noch so spielen? Da wäre zum Beispiel noch, man glaubt es kaum, ein Ford Mustang Mach EGT. Der kostet eben auch voll ausgestattet so knapp 80.000 Euro. Hat allerdings nicht diesen Premium-Anspruch. Ist ein bisschen kompakter. Auch eine ähnliche Performance. Geht aber nicht so gut wie der Nio. Hat, wie gesagt, nicht diesen Materialanspruch, diesen haptischen. Also ist deutlich, mehr sagen wir mal, nüchterner. Schlicht und ergreifend. Schlicht und ergreifend und auch enger. Und da sieht es dann auch schon so aus, dass die Karten für den Nio gar nicht mal so schlecht stehen, wie ich persönlich finde. Jetzt dürft ihr mir allerdings schreiben, was ihr sagt. Wie ist eure Meinung zum Thema Nio, zum Thema Battery Swap Stations, Batteriemiete oder zum EL6 hier an und für sich oder eben zu den ganzen elektrischen SUV? Ich bin sehr gespannt. Lasst uns konstruktiv diskutieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst natürlich nicht den Daumen nach oben. Ein Abo für den Kanal, würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns auch demnächst wieder bei einem neuen Video hier auf dem Kanal von Ubi Testet. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.